Willkommen zurück zu The Last of Us, the Minish Cap. Ich weiß, ich hab gesagt, ich hol das Fragment von Meister, um damit mehr Fragmente zu haben. Allerdings hab ich es, glaube ich, schon mehrmals probiert, Fragmente zu holen. Also dieses Rote, ich hab's nicht bekommen. Ich hab's uns verreckt nicht bekommen. Dafür hab ich ein paar andere Sachen herausgefunden, als ich das gesucht habe. Und zwar, das haben wir gleich hier in der Nähe sogar. Das erste ist, wir brauchen Bomben. Weil, hier ist ein Loch. Pass auf, der Ton ist der typische Ton. Dahinter ist was. Und hier haben wir eine Feenquelle. Alles klar. Haben wir sonst hier noch was? All the to the past lie. In der Feenquelle war meistens immer noch irgendein Blödsinn drin. Sieht nicht so aus. Gut, dann haben wir das hier schon mal. Dann hab ich noch was rausgefunden. Wir können nämlich noch ein Fragment vereinen. Und zwar bei diesen Typen da. Oh, hast du ja genau das. Genau aus wie mein Fragment passen die beiden. Vielleicht? Ja, die passen sogar. Bam. Schön auch das hier rausgefunden. Und was hab ich denn noch vorhin gesehen? Ach, machen wir jetzt erstmal dann da eigentlich mein Glücksfragmenten, äh, Ereignisse ja alles einsacken. Und das schicken wir gleich als erstes ab. Weil anscheinend geht's ja zum Haus und das würde mich echt interessieren. Gut, wir sind perfekt. Es ist so weit. Es ist so weit. Da gibt's ein wunderbares Gedicht. Getreten oder zusammen... Getrennt oder zusammen. Die Hälften sehen sich. Nach dem, was sie verloren. Genau wie eins. Auch ich. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Ähm, jetzt müssen wir noch da runter. Und, äh, da runter war das, glaube ich. Und jetzt dann längs. Runter. Längs. Runter. Da bin's. Hä? Den haben wir da vorhin schon mal gesehen. Oh, geil. Ein cooles. Aber den haben wir da vorhin schon mal gesehen, oder nicht? Aber der Verein. Der Verein. Ja. Obwohl, das wohl auch dieses Mal klappt. Ähm, ja, natürlich. Bam. Hä, das ist doch genau der gleiche? Und nicht? The fuck? Alles klar. Ich frage mich weiter nicht nach. Und das, glaube ich, ist ein... Das ist eine Truhe. Ja. Und das ist alles ein Tellurierbad. Da haben wir dann so viel zu tun. Ähm, ich bin gleich soweit. Ein kleines kleinen Moment noch. Was ist denn? Hey, Mann, hey. Willst du mir kurz zuhören? Okay. Als ich nach langer Zeit heimkehrte, war plötzlich ein Fränter im Haus. Ich bin auch so schüchtern und traue mich nicht. Und so. Ich muss ein Licht darüber verfassen. Im Haus und Herz ist keiner da. Wer bist du, Bösewicht? Nimmt an meine Sachen kein Problem. Mein Herz bekommst du nicht. Okay, okay. Ich schaue schon nach. Wer bist du? Ich mag es nicht weit dunkel. Mach bloß nicht das Licht an. Ja, ich würde ja gar nicht, dass wir das machen. Aber ich kann es halt wirklich nicht. Dich merke ich. Du komische Mann. Also, ich kann dir aktuell leider noch nicht helfen, Kumpel. Ich glaube ich. Oder bis später irgendwann. Wir müssen nämlich noch was suchen hier. Ähm. Können wir sonst noch was machen hier? Wir können da runter. Tun wir da unten kurz auch. Ah, hier. Diese Schweine gehen mir echt auf den Sack. Wachen sind das Worte. Bam. Aua. So. Gehen wir da hin. Und da rein. Fragmente. Und da haben wir das passende. Oh yeah. Kann es nicht besser sein. Ah, ich sage mal, was das eigentlich für eine graue Stelle ist. Das hat was mit einem Fragment zu tun. What the fuck? Loll. Einfach so eine Bohnenranke. Läuft. Da klären wir gleich mal hoch, oder? Also, ich wäre dafür. Weil ich will wissen, was oben ist. Vielleicht ist er ja ein wundervolles Land. Egal. Hoch geht's an. Auf geht's, Link. Go holy, 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 go holy. Alter, Soundtrack. Alter, Geld ohne Ende. Und noch. Warte. Bitte. Please. Yes. Wir haben das Fragment, was der Kerl braucht. Der Schmied. Nice. Dann können wir das ja gleich machen, oder? Also, ich hätte nichts dagegen. Haben wir den gleich auch abgehakt. Ocarina. Ocarina. So, da war es schwierig. Nein, nein, nein. Fuck. Ich probiere jedes Mal zu hinkommen. Aber ich hab's nie geschafft. Egal. Hopp. Los, los, los. Wir brauchen jetzt das Fragment von dir. So. Ich hab' wir jetzt. Und. BAM. Gut, haben wir die Minish schon mal abgehakt. Gibt's eigentlich noch eine Art von Minish? Also, es gibt die Stadt Minish. Nö. Chalet. Nächste Bodenranke. Also, es ist Stadt Minish. Reit Minish. Berg Minish. Ich glaub, es war's sogar schon. Aber da glättern wir jetzt auch gleich hoch. Ist, glaub ich, nicht mal so weit entfernt von hier, oder? Also, man kommt ziemlich schnell dahin. Denk ich jetzt mal. Ich kann's nicht versichern. Wir sind ja grad in diesem Zwischenraum hier. Aber wir müssen ganz hoch. Ach, schauen wir an nochmal nach. Oder wisst ihr was? Ich schneid' euch den Weg. Also, wir sehen uns dann, wenn wir oben sind. Wenn ich oben bin. Bis gleich. So. Da sind wir oben. Perfekt. Und hochklärt an Link. Ja, wieder dieselbe Animation. Aber der Soundtrack ist immer noch gut dort. Gate und Herzteil. Nice. Davor haben wir erst alles ausgegeben. Jetzt haben wir schon wieder so viel Gate. Kann doch gar nicht sein. Haben wir grad ein neues Herzbeck gekriegt? Nö. Schade. Ich hab jetzt erst gedacht, wir kriegen ein neues. Aber... Nö. Mehr als zu viel. Das ist gut gewesen. Oh. Alter. Ja, toll. Wie soll ich denn das jetzt riechen? Ja? Hilfe. Okay, was können wir als nächstes machen? Deloria weit, oder? Weil da haben wir einiges zu tun. Am besten gewesen wir als unseren guten anderen Großvater. weil da ist das schnellste weg und leichteste weg dorthin um alles gleich mitzunehmen das hat sich angehört wie ein rubin dadurch so dadurch oh gott was die leute ich kann den immer mit die klappen machen wir auch kommen wir die komas nachzumachen es sieht aus wie million sein richtig schön Also, es laufen wir einfach mal durch und mal schauen, was wir so alles finden. Ich gebe jetzt auf die Sterben. Hier drin haben wir Geld. Ich hoffe, wir kriegen nicht zu viel Geld, dass wir alles tragen können. Das ist dann ein bisschen blöd, wenn wir mehr Geld bekommen, als wir tragen können. Ah, hier ist noch ein Loch. Klammern wir uns gleich mal rein. Bam! Krab, krab, krab. Ups, krab, krab. Nein, 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 nein. Sterbe! Nein, da hat er noch einer. Hat er noch mehr Geld? Nein, ich will nicht noch mehr Geld. Ja, glücklich, bin ich nicht so gut. Aber kein Geld mehr. Ich bin eh schon voll bald. Ich habe viel so viel Geld. Ich würde es dir eigentlich mal sagen, aber ich habe wirklich viel so viel Geld. Aber ja, ist jetzt auch egal. So. Normalerweise bin ich persönlich immer pleite, aber hier im Spiel habe ich gerade echt viel zu viel Geld. Aber, Alter. Ich sage mir nicht, das wäre dieses Fragment gewesen, wenn wir es gebaut hätten. Nein. Okay, will ich jetzt etwas? Hätten wir jetzt das Fragment bekommen, hätte ich einen Streit. Naja, egal. Wir haben es eh oder so oder so vereint. Also, wir machen nur einen Vorteil darauf. Nochmal ein Rot. Ey, jetzt kommen die Roten auf einmal ohne Ende. Hä? Und jetzt kommen die Roten mit. Ach, nein. Ich habe gewusst, dass ich ertrinkke. Ich wollte es doch verhindern. Ich wollte es gerade noch verhindern. Aber war es das dann? Also, für diesen Abschnitt hier. Wie wir gerade sind. Nein. Ganz und gar nicht. Hier können wir noch ein paar Dinger machen. Bam. Oh. Da lag man da, 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 da. Und da drüben ist ein Loch im Minnisch. Oh, yeah. Nein. Wo ist der? Oh, Mann. So. Immer wieder hoch. Wir warten natürlich und warten und warten und warten. Bin ich froh, wenn wir schwimmen können. Weil das ist kein großes Geheimnis. Man würde nämlich in dem Spiel noch schwimmen lernen. Aber das wird noch eine Weile dauern. Aber wenn wir es machen können, dann bin ich glücklich. Nicht noch mehr Geld. Ich kann das doch eh nichts mehr tragen, oder? Ja. Hm. Warte damit. Was machen wir jetzt? Shoppen gehen. Obwohl wir schon gut eingekauft haben. Obwohl ich könnte meine Vorräte mal ausschlocken. Oh, nein, doch nicht. Scheiße. Oh, wie werden wir das ganze Geld los? Ihr habt zu viel Geld, 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 Geld. Zu viel Geld. Du bist echt nicht mehr ein? Hm. Obwohl doch, wir können Glücksfragmännchen fahren. Ja, dafür gebe ich es dann ein bisschen raus. Für ein paar Glücksfragmännchen. So. Da rein. Woppa. So. Dann der... Oh, Mann. Hey. Nein. Da wollte ich mich hin. Da. Da drüben. Geld nach vorne. Kein Geld. Kein Geld. Gut. Puh. Weil Geld kann ich gerade schlecht gebrauchen. Ich hatte eh schon zu viel Geld. So. Ah, stimmt. Weder mindestens da drüben vereinen oder so. War da mal nicht was? Nur wir konnten es halt nicht machen. Oh, das war knapp. Weil wir halt... Ähm, sagst du doch... Das passende Fragment nicht hatten. Oder haben wir es schon gemacht? Haben wir noch nicht. Wusste ich es doch. Bam. Immer schön alles noch in den Hinterkopf behalten. Kinderchen. Noch mal eine Bodenranke. Ja, läuft bei uns. Schon die dritte Bodenranke in den Part. Obwohl, ne. Doch. Doch, die dritte. Die dritte. Und das ist noch nicht mal weit weg. Läuft. Dann kleidern wir die gleich mal hoch. So ein paar muss auch mal sein. Bisschen Fragmente vereinen. Und ja. Bam. Enttarnt. Okay, hier kommen wir ja nicht weiter. Schon wieder. Lassen wir uns klettern. Kletter. Die Ranke hoch. Lauf. 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 Mit Herzteil. Kein Geld. Oh, nein. Oh, das schöne Geld. Ich muss auch machen, weil ich werde sie denen nicht vergessen. Alter, so viel. Wie viele Muscheln haben die überhaupt? Die müssen wir auch langsamer ausgeben, weil wir können auch bald nicht mehr alle Muscheln tragen. Die Platz haben wir nicht mehr. Aber wir kommen auch nicht zu diesem Dude. Ey, das ist echt so ein zweischneidiges Schwert gerade. Okay, jetzt können wir wenigstens ausgeben. Die Muscheln aktuell nicht. Das Problem müssen wir irgendwie lösen würden. Weil das ist gerade echt ein kleines Problem. So, die Borne wollen ja nicht vor einen, aber hier ist ein Tunnel. Bam, 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 bam. Okay, ach. Alter. Ich sterbe. Okay. Hop, 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 hop. Ah, da wäre ja auch vor einen, ne? Haben wir noch zu eins? Ja, perfekt. Das ist ja für die Geronen. Das nächste Mal ist doch schnell, aber wir versuchen es trotzdem. Ja, das schafft ihr schon. Irgendwie packt ihr das schon. Ich brauche nur das, was da ganz hinten am Ende des Tunnels ist. Ich habe nicht gehofft, mein Freund. Was machst du hier? Jetzt sind wir zurück, also schlag dir die Fäuste blutig geverlängst und helfe uns. Alles klar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay, die haben auch nichts mehr was zu tun. Nein, nein, nein. Ich möchte schon mein Geld loswerden, aber ich möchte es wenigstens investieren. Anstatt von dir abgesorgt lassen. Also, was können wir jetzt noch so loswerden tun? Geld ausgeben, oder? Darin. Eigentlich probieren, da rüber zu kommen. Das muss doch gehen. So schwer ist das doch nicht, Mann. Es geht. Ich weiß es, aber ich habe es einfach nicht gemacht. Jetzt geh doch bitte da rüber. Ey, das ist doch so... Was? Jetzt auf einmal geht es, oder was? Hä? Läuft. Naja, haben wir es auch geschafft. Jetzt können wir irgendwie mal da runter her. Die erste Mal, das ist durchbrochen. Will ja im Vereinen. Nein, nein, nein. Doch. Du. Einfach beschreiben. Corona. Einfach nur ohne. Hä? Wo sieht das jetzt denn? The fuck? Ah, stimmt. Den gibt es ja auch noch. Ich war schon lange nicht mehr hier. Ich will viele Fragmente verkaufen. Ja, die brauche ich aber auch, mein Freund. Da gebe ich sogar Geld dafür aus. Ich hoffe, ein paar rote dann. Nice, 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 nice. Ah, das, was wir jetzt auch noch machen können, was mir auch gerade so einfällt, wenn wir schon nach halber Stadt gehen, wir können das jetzt noch im Schloss machen. Im Schloss hat sich ja auch was getan. Aber jetzt geben wir erstmal ein bisschen Geld aus für die Fragmente da, äh, jetzt zur Verfügung hat. Wohl, warte, was ist da? Auch nicht da sein Kellerchen, ne? Was haben wir denn hier nochmal? Ah, okay, hier kommen wir noch lange nicht weiter. Da brauchen wir erst die Fähigkeit, um uns zu vervierfachen. Ohne die kommen wir hier noch nicht weiter. Aber das Fragmente nehmen wir natürlich mit. Aber jetzt läuft's doch ein bisschen, ne? Jupp. Aber wir haben echt viele rote von der einen Sorte, aber die anderen einfach gar nichts. Loch! Ey, ich find so viel gerade. Viel zu viel finde ich hier. Grab dich. Durch, Mann. Yeah, noch ein rotes Trix-Fragment. Gib nur her, damit ich brauch welche. Und hier muss irgendwo wieder so eine Wand sein. Es ist immer in diesen Löchern hier. Also in diesen Türen. Hier muss immer, immer irgendwo so ein Loch sein. Wo bist du denn? Woher schmeckst du das? Komm raus, komm raus! Ah! Die Fick... Alter! Junge! Boah! Ist einfach nicht abgegangen! So ein trechster Ding. Meine Güte! Wo haben wir dich denn? Ich glaub, dass... Hä? Da ist ja noch ein Keller. Let's go! Aber hier muss irgendwo eine Wand sein. Nö. Aber eine Truhe. Ja, genau! Hä? Wo ist diese Wand? Äh... Ja, nice. Ah, stimmt ja. Ist ja ein fettes Rätsel. Jo, jo, jo. Jetzt haben wir schon mal wenigstens den ersten Teil geschafft. Ein Stück nach dem anderen. Und jetzt können wir uns hier wieder raustraben, weil hier ist anscheinend doch keine solche eine Wand. Ich hab mich jetzt schon so gefreut. Aber nee. Nicht mehr. Gibt nix für dich. Aber es sieht so aus, als würden wir das mit einem halben Schloss doch noch nicht in diesem Part schaffen, weil... Der Part ist mal zu Ende. Ach ja. Aber jetzt kaufe ich mir erst mal dieses rolle Glücksflug mit ein. Ja! Gewehr! Gewehr, Mann! Gewehr! Ja! Ich kaufe noch die anderen ein. Ich gebe alle her. Dass ich ein bisschen geldlos werde. Doch alle! Und damit ich auch gewachsen bin für jede Situation. So. Haben wir den Kammer ausgekauft. Müsste auch mal sein. Mach mir den Feind. Du. Nö. Du. Nö. Du. Wollen wir die alle nicht. Der aber. Bam! Oh, ja. Ist das nicht schön? Ich bin's schön. Ah! Ha, 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 ha. Also nächsten Part definitiv zum Schloss. Keine Widerrede mehr. Da ist so viel Zeug gerade für uns. Du wirst mich vereinen. Du. Ja. Da vereinen wir jetzt noch den restlichen Part noch. Ich suche es noch ein paar Leutchen, aber dann ist er auch. Der Part wieder zu Ende. Auch Tabanther. Alter, wie viel? Viel? Wir vereinen ohne Ende. Ist da was drin? Einen? Nö. Aber bei dem muss ich dann auch mal aufpassen. Ich glaub, der gibt uns auch was. Wie die Minis da wieder den Schuh machen und er da zu schlägt. Cool. Schönes wie Zack. Die Tür ist verschlossen. Uni aus, kommt mal nicht rein. Ja, toll. Der Post wurde. Nö, du wirst auch nicht mehr ein. Bist du überein? Nö. Du. Nö. Da kommen wir nur als Minischen. Könntest du dich bitte mal kurz darauf ziehen? Danke schön. Mal schauen, wer noch was ich vereinen will. Nein. Durch. Also durch. Auch nicht. Du aber. Micha. 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 Aber fleißig vereinen und dann kriegt man alles her. Ah. Ich will schwimmen. Ich will schwimmen. Bin ich froh, wenn Link schwimmen kann, ey. Das glaubt mir keiner. Du. Nö. Und du. Nö. Aber. Nein. Obwohl. Beenden wir mal die Folge hier. Wir haben schon 22 Minuten. Also, lasst einen Like, einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei dem Minish Cap. Ciao. Ciao.